In deiner Musiksammlung stimmt ein Künstlername nicht und der Albumtitel ist auch falsch geschrieben? Der Muffinplayer Pro hilft dir dabei, Ordnung in deine Musiksammlung zu bringen. Ziehe einfach alle Songs, die du bearbeiten möchtest, auf den jeweiligen Tag in der Filteransicht, um die Infos zu übernehmen. Natürlich kannst du die Metadaten auch einzeln manuell verändern. Dafür genügt ein Klick auf das jeweilige Feld. Ordnung in seine Musiksammlung zu bringen, war nie einfacher.